20 Jahre Jobrouter, das ist etwas auf das wir wirklich stolz sein können, einfach deswegen, weil wir 20 Jahre lang ganz kontinuierlich und zielbewusst unsere Visionen im Markt umgesetzt haben. Sie haben erlebt, dass die Firma erfolgreich geworden ist, weil wir kontinuierlich an unsere Strategie geglaubt haben und immer unsere Werte festgehalten haben und das wäre glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch in der Zukunft beibehalten müssen, nämlich unserer Strategie und unseren Grundsätzen treu zu bleiben. Und vor allem wünsche ich mir, dass auch der persönliche Umgang untereinander weiterhin genauso freundschaftlich bleibt, wie es in der Vergangenheit war.